Als wir vor zwei Jahren den Laden hier neu eröffnet haben, haben wir uns für die Push-Up-Scheiben entschieden. Das hieß, die Scheiben gehen nach oben auf, nicht nach rechts und links. Dann behindern sich die Kunden auch nicht gegenseitig. Wir können in Ruhe unsere Ware wegräumen. Wir haben hier hinten zwischen unseren Tiefkühltruhen einen Ruhrbereich mit zwei Sesseln, was von den Kunden sehr gerne genutzt wird, wenn sie an der Flascherei etwas länger warten müssen. Das ist natürlich für uns der Hintergedanke, dass die Kunden dann hinterher, wenn sie an den Tiefkühltruhen sitzen, auch noch ein Tiefkühlprodukt einkaufen. Also wenn ich einen Wunschfrau hätte, wie eine Tiefkühltruhe aussehen sollte, dann wäre die schon ähnlich wie unsere jetzt, auch mit diesen Push-Up-Scheiben. Allerdings der hintere Bereich noch ein bisschen erhöht, dass die Kleinen da hinten noch besser drankommen. Also ich habe sehr gerne mit Kunden zu tun. Ich finde es immer wieder schön, wenn die Kunden halt fragen mich nach meinen persönlichen Erfahrungen, welcher Produkte, ob es Neuheiten gibt. Ja, also Tiefkühl ist halt eigentlich so meine Leidenschaft. Ich bin von Anfang an, habe ich gleich hier angefangen in der Tiefkühlabteilung. Es hat mir von Anfang an super viel Spaß gemacht und ich möchte es eigentlich auch nicht missen. Ich bin von Anfang an.